Also ich verreise ja total gerne mit Lilli, weil meistens verreise ich ganz alleine, meistens nur mit meiner Gitarre, geschweige denn mit einer Frau. Also ein bisschen mehr mit der Tätche, Entschuldigung, ich sage es doch mal, geschweige denn mit einer Frau. Man könnte fast sagen, meine Gitarre und ich, die haben so ein richtig intimes Verhältnis miteinander. Und was wir schon alles gemacht haben. Und ich meine, wir wissen ja alle, was da rauskommt. Es ist ein Mädchen. Ganz die Mama. So, ein kleines Gitarrenbaby, wenn es geboren wird, kommt es als Flamenco-Gitarre zur Welt. Deshalb gibt es jetzt erstmal einen kleinen Flamenco. Nappelschnur. Okay, ein bisschen spanische Romantik habe ich natürlich auch noch mitgebracht. Zack. Okay, wir uns wieder tun,lassen. Oh, ja. So, jetzt noch um, ja. Ich weiß nicht nicht, den Wenn ich in Spanien spiele, kommt an dieser Stelle tatsächlich ein feuriges Uli aus dem ganzen Publikum. Ich spiele jetzt mal eine richtige Malagenia, einen spanischen Tanz. Vielleicht können wir mal so ein langziger Uli probieren, Leute, abends. Malagenia. Also, wisst ihr was? Da setz ich dann meinen Mund auf. Flamengo. Was hast du, Martin? Jetzt sehe ich aus, wie ich stehe. Vielleicht auf ihn echt. Man weiß es nicht so genau. Dankeschön! Und jetzt war ich, was ist das für das Video? Okay, Rock'n'Roll, ich will euch kurz die Hilfe eines starken Herren aus dem Publikum. Und Martin, ehrlich gesagt, du hast das vorhin so super gemacht. Vielleicht kommst du noch mal eine Minute nach vorne. Du kriegst dann noch mal einen riesigen Applaus hier. Herzlichen Dank für deine Arbeit! Hallo, Martin. Ich bin Klaus. Schön, dass du noch mal so freiwillig und spontan die Hälfte heute Abend hast. Martin, kurze Frage. Hast du ein Problem im Rücken? Es geht, dachte ich, okay. Aber du musst jetzt eigentlich den Marshall-Verstärker festhalten. Aber ich habe noch ein rückenfreundliches Modell dabei. Moment, schau mal, was wir für dich tun können. So, ganz wichtig, Martin, wenn ich den Verstärker jetzt gleich anschalte. Nicht hier vorne reingucken. Der Schalldruck, der weht dir alle Haare vom Kopf. Ist mir auch schon passiert. Und dann kannst du gleich auch ein bisschen Headbanging machen. Headbanging kennst du? Genau, als setzt du was verloren auf der Bühne. Okay, und dann lassen wir den Kristallpalast jetzt richtig krachen. Here we go! Rock'n'Roll! Na gut, aufmachen! Ich hatte meinen Mann, am Ding war alles dran. Die Damen schmolzen weg und hin, es war der Martin. Das kommt dann neben mir. Oh no, oh no, oh no. Mit deinem Rock'n'Roll-Tanz spielst du dir heute an, fast die Show. Und mein Name, der ist Klaus. Und vor 20 Jahren sah ich auf dem Kopf auch mal raus. Und auch neben dem Mann, Jimmy Hendrix, 1961, 1961, Woodstock. Man könnte auch sagen, Martin an der Blockflöte. Frau Martin, Just bring' das zusammen, hoffe ich auch. Wo habt ihr denuminium? Hauwerlichuss? Ah! Ja! 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 Musik Applaus